Firmenstempel oder transparente Unterschrift als Stempel erstellen Mit PDF-Exchange-Editor können Sie eigene Stempel erstellen. Dies kann zum Beispiel ein Firmenstempel oder Ihre Unterschrift sein. Das Tolle daran ist jedoch, dass Sie diese Stempel mit einem transparenten Hintergrund erstellen können, sodass Ihre Unterschrift über den Text fließt, so als ob Sie wirklich selber unterschrieben hätten. Und so geht es. Scannen Sie als erstes Ihre Unterschrift ein. Nun muss die Grafik als PNG oder GIF mit transparentem Hintergrund gespeichert werden. Dies geht zum Beispiel mit dem Programm Adobe Fireworks. Dazu wählen Sie in Fireworks den Befehl Speichern unter und wählen das Dateiformat Flaches PNG. Klicken Sie auf Optionen. Wählen Sie nun die Einstellung Index-Transparenz. Der weiße Hintergrund der Grafik erscheint nun transparent. Bestätigen Sie mit OK. Öffnen Sie den PDF-Exchange-Editor und wählen Sie Stempelwerkzeug und klicken Sie Stempelpalette anzeigen. Klicken Sie auf Neuen Stempel aus Datei hinzufügen. Öffnen Sie nun die erstellte PNG-Datei mit Ihrem Stempel. Geben Sie unter Titel dem Stempel eine sinnvolle Bezeichnung. Klicken Sie unter Palette auf Neu, um eine neue Stempelpalette zu erstellen. Nun sollten Sie eine neue Stempelpalette vorfinden mit Ihrem erstellten Stempel. Klicken Sie unterten couldædie mit Ihrem Stempel. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 und das Modellk Höchstkirche. Schreien Sie untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020